Jörg Berger war ein deutscher Fußballspieler und Trainer. Karriere Mit fünf Jahren schnürte Jörg Berger, der mit seiner Familie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus Pommern nach Leipzig geflohen war, seine ersten Fußballschuhe und spielte in der Kindermannschaft von Motor Störteritz dem heutigen SSV Störteritz. In den Jahren 1962 und 1963 gehörte er zum Kader der DDR-Junioren-Nationalmannschaft, für die er vier Länderspiele bestritt. Von 1964 bis 1967 spielte Berger für den SC Leipzig und den 1. FC Lokomotive Leipzig in der DDR-Oberliga, der höchsten Spielklasse im DDR-Fußball. Er kam jedoch über die Rolle eines Ersatzspielers nicht hinaus und bestritt in vier Spielzeiten nur 16 Oberligaspiele. 1967 kam er in drei Länderspielen der DDR-Nachwuchs-Nationalmannschaft zum Einsatz. Wegen einer Muskelverletzung musste er seine Karriere als Oberligaspieler allerdings früh beenden. Er begann ein Studium an der DHFK Leipzig und anschließend eine Trainerlaufbahn. Berger war in der DDR ein angesehener Fußballtrainer, der irgendwann als Nachfolger von Georg Buschner die Nationalmannschaft übernehmen sollte. Berger nutzte jedoch als Trainer der Nachwuchsauswahlmannschaft der DDR 1979 ein Spiel in Jugoslawien, um in den Westen zu flüchten. Dort übernahm er 1979 als erste Mannschaft den SV Darmstadt 98 in der 2. Bundesliga als Cheftrainer. Als DDR-Flüchtling sah er sich Bedrohungen ausgesetzt, die von der Stasi im Westen organisiert wurden. So überlebte er als Trainer von KSV Hessen-Kassel Mitte der 1980er Jahre offenbar einen Giftanschlag. Gewissheit über die Mordanschläge erhielt er aber erst nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 bei Durchsicht seiner Stasi-Akten. In der Frühphase seiner Trainerkarriere verpasste Berger 1984 und 1985 zweimal als Vierter der 2. Liga knapp den Aufstieg in die Bundesliga. Danach trainierte der Motivations-Künstler Berger mehrere Bundesliga-Vereine, die er oft vor dem Abstieg rettete, wodurch er sich den Spitznamen Feuerwehrmann verdiente. Jedoch bekam er selten die Chance, eine Mannschaft über längere Zeit aufzubauen. Seine Bestleistungen als Trainer erreichte er mit zwei dritten Plätzen in der Bundesliga, 1990 mit Eintracht Frankfurt und 1996 mit dem FC Schalke 04. Im Oktober 1996 wurde er bei Schalke entlassen und von Huub Stevens abgelöst. Er konnte deshalb den Schalker UEFA-Pokalgewinn in derselben Saison nicht mehr als Trainer feiern. Nach kurzen Gastspielen 1997 beim FC Basel und 1998 beim Karlsruher SC rettete er 1999 als Trainer von Eintracht Frankfurt den Verein, vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga im Jahr 2000 übernahm Berger die Trainerposition beim türkischen Verein Bursaspor. Dort war ihm zufolge eine professionelle Arbeit jedoch nicht möglich. 19 Präsidenten sollen versucht haben, die Mannschaftsaufstellung zu beeinflussen. Als der schnelle sportliche Erfolg ausblieb, wurde Berger direkt und indirekt mit dem Tode bedroht und er entschied sich, das Land schnellstmöglich zu verlassen. Erst fünf Jahre später gewann er den Prozess um seine Abfindung. Letzter großer Erfolg von Jörg Berger war der Einzug ins Finale um den DFB-Pokal mit dem Zweitliga-Verein Alemannia Aachen. Jedoch wurde Bergers Vertrag nach der Niederlage gegen den amtierenden deutschen Meister Werder Bremen und bei gleichzeitigem Nichtaufstieg in die Bundesliga einvernehmlich zum 30. Juni 2004 aufgelöst. Vom 17. November 2004 bis zum 14. August 2005 war er Cheftrainer von Hansa Rostock in der 2. Liga. Dort wurde er nach einer 1 zu 4 Niederlage gegen den TSV 1860 München nach dem zweiten Spieltag entlassen. Danach arbeitete er als TV-Experte für den Fernsehsender Premiere unter anderem für die 2. Liga. Am 6. März 2009 erschien seine Autobiografie Meine zwei Halbzeiten. Ein Leben in Ost und West, in der sein Leben in der DDR und die von seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik 1979 bis 1990 Reichende Verfolgung und Beobachtung durch die Staatssicherheit der DDR sowie sein Leben nach der Wende und seine Krebserkrankung dargestellt werden. Das Buch stieg bis auf Platz 8 der Spiegel-Bestsellerliste. Die erste Auflage war innerhalb von wenigen Tagen nach Erscheinen ausverkauft. Am 19. Mai 2009 wurde er als neuer Trainer von Arminia Bielefeldt vorgestellt. Berger trat die Nachfolge von Michael Fronzek an, der am 17. Mai 2009 auf dem Relegationsplatz stehend beurlaubt wurde. Mit einem 0 zu 6 am letzten Spieltag gegen Borussia Dortmund rutschte man auf einen direkten Abstiegsplatz. Berger verließ daraufhin den Verein nach nur einer Woche wieder. Anschließend betreute er die deutsche Autoren-Nationalmannschaft, mit der er am 2. Mai 2010 in seinem letzten Spiel als Trainer Europameister wurde. Ehrungen Seit dem 23. Januar 2013 ziert ein Abbild von Jörg Berger eine der zwölf Säulen der Eintracht in der U-Bahn-Station Willy-Brandt-Platz in Frankfurt. Privates Berger war zweimal verheiratet und Vater von drei Kindern, einem Sohn aus erster Ehe mit der ehemaligen Leistungsschwimmerin Heriel Blank und Zwillings-Töchtern aus seiner zweiten Ehe. 2002 legte Berger als Trainer von Alemannia Aachen wegen einer Operation eine längere Pause ein. 2005 unterzog er sich erneut einer Operation. Im November 2008 wurde wieder eine Chemotherapie begonnen. Am 23. Juni 2010 erlag Jörg Berger seinem langen Krebsleiden. Er wurde in Duisburg-Rahm beigesetzt, wo er längere Zeit gewohnt hatte. Trainerstationen 1972 bis 1974 1. FC Lokomotive Leipzig als Jugendtrainer. 1-9-7-2-1-9-7-4 F. Carl Zeiss Jena als Jugendtrainer. 1974 bis 1976 Herr Escher FC Chemie, 1976 bis 1978 DDR-Jugendtrainer. 1978 bis 1979 B. Fußball-Nationalmannschaft der DDR. 1-9-7-9-1-9-8-0 S. Wiedarmstadt 98, 1-9-8-0-1-9-8-1 S. Wulm 1846, 1981 bis 1982 Fortuna Düsseldorf. 1-9-8-3-1-9-8-6 XU Hessen Kassel, 1986 Hannover 96. 1-9-8-6-1-9-8-8 S. Freiburg, 1988 bis 1991 Eintracht Frankfurt, 1991 bis 1993 1. FC Köln. 1-9-9-3-1-9-9-6 F. Schalke 04, 1997 FC Basel, 1998 Halsruher SC, 1998 bis 1999 Eintracht Frankfurt, 2000 Bursersport, 2001 bis 2004 Allmannia Aachen, 2004 bis 2005 Hansarostock, 2009 Arminia Bielefeld.